Talasana, die Palme, gehört zu den Stehübungen, zu den Übungen, um dich im Stehen zu dehnen oder auch weit zu werden. Annika zeigt einige Variationen. Ausgangsposition ist die aufgerichtete Stehhaltung. Du kannst, gibt dabei zwei Fußstellungen. Die eine wäre die Füße hüftbreit auseinander und parallel. Die andere wären die Füße zusammenhalten. Du kannst die Palme mit beiden Variationen üben. Dann hebe die Arme hoch und gib die Arme leicht nach hinten. Das ist eine Variation von Talasana, eine Palme, die so leicht vom Wind nach hinten gebeugt ist. Es gibt auch die Palme, die nach rechts gebeugt ist. Gehe also erst zur Mitte und dann beuge dich nach rechts und so spürst du die Dehnung der rechten Seite. Halte dabei die Hände gefaltet. Atme ein paar Mal, so wird der Brustkorb zur Seite weit und auch die Zwischenwirbelgelenke werden gedehnt. Und dann anschließend gehe zur anderen Seite. Die Stellung ist natürlich auch eine gute Übung zur Dehnung der Hüften, des seitlichen Bauches, der Schulter und der Oberarmmuskulatur. Halte die Stellung ein paar Atemzüge lang und komme zur Mitte. Es gibt auch die dynamische Palme, die auch als sich wiegende Palme bezeichnet wird. Ausatmen nach rechts, einatmen zur Mitte, ausatmen nach links und einatmen zur Mitte. Das kannst du sechs bis acht Mal machen und danach einen Moment ruhig stehen bleiben. Talasana ist eine gute Stellung, auch zwischendurch. Gerade Menschen, die viel sitzen, sollten öfters mal Talasana üben. Gerade die seitliche Talasana und die sich wiegende Talasana sind wichtige Übungen, um zwischendurch den Körper etwas in Bewegung zu versetzen.